Nachdenkseiten Die kritische Website Die Rufmordmaschine von Tobias Riegel Eine Koalition aus Bild, Zeitung, weiteren Medien und Justizkreisen hat das Potenzial, Existenzen zu zerstören. Auf Basis reinen Verdachts und lange vor einem ordentlichen Gerichtsverfahren. Der aktuell eines der Kinderpornografie-verdächtigten Prominenten macht deutlich, diesen rufmörderischen Praktiken sollte entgegengetreten werden. Wenn die Bild-Zeitung zahlreiche weitere Medien ansteckt, um mit mutmaßlich von Staatsanwaltschaften durchgesteckten Informationen bestimmte Individuen zu diffamieren, dann hat diese Verbindung ein potenziell zerstörerisches Potenzial und das lange bevor ein ordentliches Gericht sich zum jeweiligen Vorgang äußern konnte. Wie zerstörerisch, das zeigt der aktuelle Fall eines der Verbreitung von Kinderpornografie-verdächtigten Prominenten. Nachdem die Bild-Zeitung Ende der Woche über den Verdacht berichtet hatte, setzte umgehend eine Rudelbildung aus Zeitungen des Axel Springer Verlags und weiteren großen Medien ein. Alle machen mit. Kampagnen der Bild-Zeitung funktionieren nur mithilfe anderer Medien. So haben im Kielwasser von zahlreichen Bild-Zeitungsartikeln die Tagesschau, der Spiegel, die Zeit, die FAZ, die Taz und viele andere Medien über den Fall berichtet, allesamt mit voller Namensnennung. RTL wollte sogar in einem Jogi Löw-Interview die Meinung des Bundestrainers zu dem ungeklärten Vorgang erfahren. Weitere Akteure sind die sozialen Medien und ihre Nutzer, Stichwort Twitter-Justiz. Dieses Thema soll hier aber nicht vertieft werden. Die Axel Springer Kampagnen würden ohne die eifrige Schützenhilfe anderer Medien und ohne mutmaßlich tippsgebende Staatsanwaltschaften nicht funktionieren. Erst durch das distanzlose Aufspringen auf anrüchige Bildvorlagen entsteht die nun ganz aktuell wieder zu beobachtende Rufmordmaschine. Teils ist geradezu schizophrenes Medienverhalten festzustellen. Wenn etwa der Deutschlandfunk einerseits die Verdachtsmeldung skrupellos verbreitet, andererseits in seinem Medienmagazin ganz aktuell kritische Fragen an Bild-Chef Julian Reichelt stellt. Klärung erst nach der öffentlichen Hinrichtung? Eine Zusammenfassung des Vorgangs hat der Bild-Blog geliefert, dazu eine Verlinkung. Dort wird auch die Frage aufgeworfen, ob die Bild-Zeitung die polizeilichen Ermittlungen selber in Gang gesetzt hat, um dann reißerisch darüber zu berichten. Einmal mehr auf den Punkt bringt der Potion den Vorgang, wenn er schreibt, Zitat, Ein 38-jähriger Deutscher ist innerhalb der letzten Stunden ohne gerichtliches Verfahren öffentlich hingerichtet worden. Die für die öffentliche Hinrichtung nötige Aussetzung der Unschuldsvermutung wurde zuvor unrechtskräftig von Boulevard-Journalisten und mutmaßlichen Informanten von Staatsanwaltschaft oder Polizei beschlossen. Immerhin, nach der öffentlichen Hinrichtung soll nun in einem ordentlichen Gerichtsverfahren herausgefunden werden, ob die Anschuldigungen gegen den Hingerichteten gerechtfertigt waren. Zitat Ende Sympathiewerte und Stellung des Beschuldigten sind irrelevant Oft werden im Zusammenhang mit medialer Selbstjustiz die Fälle von mehr oder weniger unsympathischen Prominenten bekannt, so etwa Christian Wulff oder Jörg Kachelmann. Manche Bürger könnten meinen, dass es in diesen Fällen immerhin den Richtigen trifft. Doch Sympathie und auch eine eventuelle hohe gesellschaftliche Stellung ist hier kein Kriterium. Im Gegenteil. Wenn das Prinzip der Unschuldsvermutung einerseits im Falle unsympathischer Prominenter beschädigt wird, kann man es nicht andererseits wieder einfordern, etwa wenn die Bild-Zeitung diese Strategie gegen politische Konkurrenten einsetzt. Darum hätte auch Christian Wulff vehement gegen einen Sturz durch die Bild-Zeitung in Schutz genommen werden müssen. Wer die Praktiken bei den Prominenten als das Kavaliersdelikt Sensationsgier durchgehen lässt, der kann dann schwer skandalisieren, wenn solche Mittel als politische Waffe eingesetzt werden. Wie lange will sich die Gesellschaft dieses permanente und destruktive Drohpotenzial, das prinzipiell jeden, also auch politische Konkurrenten treffen kann, noch bieten lassen? Müsste juristisch ein von Medien abgeschirmter Schutzraum für laufende Verfahren geschaffen werden? Wie stellt man die mutmaßlichen Indiskretionen bei den Staatsanwaltschaften ab? Sollte das Recht der Medien auf Verdachtsberichterstattung überprüft werden? Was tun? Sanktionen gegen Bild laufen ins Leere. Und welche Möglichkeiten der Sanktionen würden sich bei den jetzt wiedererlebten Verletzungen der Pressestandards überhaupt anbieten? Da die Mitarbeiter und Chefs der Bild-Zeitung mutmaßlich keiner Berufsethik folgen, laufen auch eventuelle Rügen ins Leere. Vertrauen und Seriosität ist für die Boulevard-Szene kein Kapital, darum fürchtet sie auch nicht deren Beschädigung. Dazu kommt, da der Konzern in Geld schwimmt, bezahlt er eventuelle Geldbußen aus der Portokasse. Auch ein Laserboykott scheint nicht wirksam zu sein. Trotz dramatisch abnehmender Leserzahlen steigert sich der Gewinn des Axel Springer-Konzerns angeblich und nach eigenen Angaben stetig. Auch öffentliche Empörung scheint kontraproduktiv. Die Debatten über Bildverfehlungen führen wiederum der Zeitung neue Leser zu. Darum wird hier auch nicht auf die Bildbeiträge verlinkt. Allgemeine Einschätzungen des Bildkomplexes finden sich etwa verlinkt auf den Nachdenkseiten. Zitat Einzelne Beiträge aus dem Springer Verlag sollten kein Objekt der Medienkritik mehr sein. Auch und gerade weil der Medienkonzern innerhalb der ideologisch einseitigen Medienlandschaft Deutschlands ein besonders destruktives Element darstellt. Der Verlag ist ein Gesamtkunstwerk. Mutmaßlich zahlreiche Beiträge der verschiedenen Medien des Konzerns fließen täglich zu einer Gesamtwirkung zusammen und interagieren untereinander. Die Skandalisierung einzelner Artikel würde suggerieren, dass die nicht skandalisierten Beiträge als seriös und nicht als Teil des Gesamtkunstwerks zu betrachten seien. Dem Springer Verlag sollte man sich also vor allem als komplex nähern. Zitat Ende Und das neue Deutschland thematisiert die potenzielle Bedrohung der Demokratie durch den Axel Springer Verlag. Zitat Wer außerhalb der Springer Konzerns hat eigentlich den Herausgeber der Bildgruppe Kai Diekmann mitbestimmt? Wer könnte ihn wieder abberufen? Diese Fragen sind dann berechtigt, wenn Boulevard-Chefs nicht mehr nur berichten, sondern sich mutmaßlich zum politisch-moralischen Korrektiv und etwa zum Sturz eines Bundespräsidenten berufen fühlen. Die Antwort ist bekannt. Die Bürger, auch die Nicht-Bildleser, müssen das höchst wirkungsvolle politische Sendungsbewusstsein des Springerpersonals ertragen, ohne auf diese Meinungsbildung demokratischen Einfluss nehmen zu können. So kann ein von der Minderheit der Bildkäufer und potenten Anzeigenkunden finanziertes Produkt die Politik für eine von den Entscheidungsprozessen ausgeschlossene Mehrheit verändern. Zitat Ende Auf den aktuellen Vorgang und die mit ihm verbundenen Heucheleien kommen wiederum die Kolumnisten zurück. Zitat Täglich könnte die Bild also von rund 41 Fällen berichten. Tut sie aber nicht, obwohl die Tat ja nicht mehr oder weniger schlimm ist, wenn sie von einem Nicht-Prominenten begangen wird. Es geht also weniger um eine Information der Öffentlichkeit über mutmaßlich begangene Straftaten, sondern eher darum, mit der Prominenz eines mutmaßlichen Täters den Voyeurismus der Leser zu befriedigen. Das betrifft nun natürlich nicht nur die Bild, aber sie ist halt die Großmeisterin der medialen Hinrichtung. Zitat Ende Rechtfertigen Ermittlungen bereits Berichte? Laut diesem Artikel ist auch allein die Tatsache, dass es überhaupt ein Ermittlungsverfahren gibt, grundsätzlich kein ausreichender Grund für Verdachtsberichte durch Medien. Das hänge damit zusammen, dass die Hürde für die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens äußerst niedrig sei. Es reicht ja schon, wenn irgendjemand sie anonym anzeigt und behauptet, sie hätten Kinderpornos verschickt, um Ermittlungen auszulösen. Ein Urteil des Bundesgerichtshofs zur Verdachtsberichterstattung äußert sich folgendermaßen. Zitat Die Staatsanwaltschaft hat schon beim Vorliegen eines Anfangs Verdachtsermittlungen aufzunehmen. Dafür ist bereits ausreichend, dass aufgrund zureichender tatsächlicher Anhaltspunkte nach kriminalistischer Erfahrung die bloße Möglichkeit einer verfolgbaren Straftat gegeben ist. Die Schwelle für die Annahme eines Anfangsverdachts liegt damit niedrig. Es genügen schon entfernte Verdachtsgründe, die eine geringe, wenn gleich nicht nur theoretische Wahrscheinlichkeit des Vorliegens einer verfolgbaren Straftat begründen. So müssen die Ermittlungsbehörden auch auf völlig unbegründete, unter Umständen wieder besseres Wissen in Schädigungsabsicht erstattete Strafanzeigen hin tätig werden. Zitat Ende Journalisten dürfen nicht auf den Ausgang eines Verfahrens wetten Dieser Text behält seine Gültigkeit auch im Falle eines Schuldspruchs eines ordentlichen Gerichts über den hier behandelten Vorgang. Alles andere würde bedeuten, dass es Journalisten erlaubt ist, auf den Ausgang eines Verfahrens zu wetten. Im Falle einer Verurteilung wäre nach dieser schrägen Logik dann auch die Vorverurteilung rückwirkend gerechtfertigt. Bild und andere Medien dürfen aber prinzipiell nicht vorverurteilen und schon gar nicht bestrafen und seien die Fälle auch angeblich noch so eindeutig. Ob die Bild mit ihrer aktuellen Kampagne einen nach juristischen Maßstäben tatsächlich Schuldigen getroffen hat, das wird die Zukunft zeigen. Fest steht aber bereits jetzt, das Leben des Betroffenen wird auch im Falle seiner Unschuld nie wieder dasselbe sein. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.